Hi, ich bin Amber und ich bin ein Schokofrosch. Ja, ganz richtig gehört, ich bin heute alleine tatsächlich. Das ist hier eine super special Folge, die, ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen. Antonia treibt sich ja gerade im Urlaub herum und ich habe ein bisschen Zeit. Und dann dachte ich, wir haben so viel Fanpost und wir sind in den Folgen nicht mehr so damit hingekommen. Weil wir auch immer noch Kommentare bekommen. Deshalb fange ich jetzt auch sofort an. Natürlich hat dieses Format hier jetzt gerade auch absolut keine Regeln. Und es ist auch nicht Antonia dabei, die normalerweise die Regeln und alles gut, sich mit allem gut auskennt. Deshalb ist das jetzt hier alles ein bisschen Freestyle. Ich habe jetzt etwas geöffnet von Sophia. Die kann fantastisch zeichnen tatsächlich. Ich werde das abfotografieren auf Insta posten. Sie hat einen kleinen, super süßen Schokofrosch gezeichnet. Und eine super süße Schlange, versteckt in einem Slytherin-Schal. Ein, ich denke, das ist Rabe, Adler. Also ein Vogel ist mit Ravenclaw-Schal. Mega süß. Und Dobby mit diesen ganzen Mützen auf dem Kopf, wo Hedwig oben drauf sitzt. Das ist auch total putz. Es sieht wirklich so süß aus. Vielen Dank, liebe Sophia. Und sie hat auch so cute Bertiebots Bohnen gemalt. Und die haben so Gesichter. Es ist einfach zum Schreien. Wirklich. Sophia schreibt, hi, ich bin Sophia, ein Gryffindor. Ich höre euch jetzt schon seit zwei Jahren und habe noch keine Folge verpasst. Meine Lieblingsfolge ist die von Bellatrix Lestrange, weil sie mein Lieblingscharakter ist. Ich habe euch Dobby mit allen Teekannenwärmer und Hedwig auf dem Kopf gemalt, weil ich bei dem Gedanken lachen musste. Ja, wir mochten das auch. Das ist irgendwie süß. Ich darf leider keinen Facebook- oder Apple-Podcast benutzen, sonst hätte ich euch gern längst was geschrieben. Ich würde mich sehr über einen Harry-Potter-Charakter freuen. Ich habe lange blonde Haare, bin sehr witzig, male gerne, bin nicht sehr sportlich, aber dafür gut in der Schule. Außerdem würde ich mich auch noch sehr über einen froschigen Namen freuen. Sophia. Ein froschiger Name könnte sein Sofie, Sofiechen, Viehchen, Sofialein. Das hinkt ein bisschen. So, so. Ah, so, so, komm her. Das finde ich, glaube ich, auch cool. Und das so heißen wahrscheinlich wenige Sophias, wenn so, so genannt. Außerdem finde ich das sehr putzig. Ich finde, wir sollten so, so machen. Hey, so, so. Alles klar? Wie läuft's an der Schule? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, vielen, vielen Dank, liebe Sophia. Next one. Der nächste Brief ist tatsächlich aus Österreich. Sehr cool. Das, da sind schon Frösche, das Monsterbuch der Monster und so Sticker drauf. Hier ist auch ein Brief aus Österreich mit extrem vielen Stickern und sehr süß. Liebe Amber und Antonia, ich liebe euren Podcast. Herzlichen Glückwunsch, Amber, zum Baby. Vielen Dank. Ich bin zehn Jahre alt und lebe in der Schweiz. Hä, da stand doch Österreich drauf. Es steht hier nicht Österreich. Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ja, okay. Ich mache weiter. Wir tun so, als wäre das nicht passiert, okay? Vielen Dank. Ich höre euren Podcast immer zum Entspannen am Wochenende oder, wenn ich nicht viel Hausaufgaben habe. Hier habe ich ein paar Fragen für euch. Würdet ihr lieber in Hogsmeade oder in der Winkelgasse shoppen? Wahrscheinlich in der Winkelgasse, weil das ein bisschen vielfältiger noch ist. Also ich glaube, ich würde in die Winkelgasse gehen. Wenn ich aber nach Hogwarts, also wenn ich in Hogwarts zur Schule gehen würde, würde ich ja wahrscheinlich, weil ich ja häufiger nach Hogsmeade komme, wahrscheinlich das eher machen, weil nach in die Winkelgasse komme ich ja nicht. Deshalb wäre so in meinem Daily Life in Hogwarts wahrscheinlich Hogsmeade und würde mich aber dann mega in den Ferien freuen mit meinen Eltern und auch bestimmt später dann alleine in die Winkelgasse zu gehen. Würdet ihr lieber in einem Kampf entwaffnen oder schützen können? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du meinst. Meinst du mit schützen so blocken? Dann würde ich, glaube ich, lieber entwaffnen können. Das ist ein bisschen offensiver, aber nicht böse offensiv. Und ich würde meinem Gegenüber ja quasi die Waffe nehmen, mich anzugreifen. Das macht wahrscheinlich eher Sinn, als wenn ich immer nur noch blocken müsste. Dritte Frage. Würdet ihr lieber einen Niffler oder einen Minimuff besitzen? Na, ich würde den Minimuff nehmen. Ich habe ja auch einen Plüsch-Minimuff. Die sind süß, die sind putzig. Bei den Niffler, das sehen wir auch gerade im Fantastische Tierwesen im ersten Teil, die haben so ein Eigenleben. Ich glaube, das Zusammenleben mit einem Niffler ist auch kompliziert. Wenn die kannst du nicht so gut einsperren und wenn, dann ist es auch nicht sehr nett, glaube ich. Die wollen bestimmt nicht eingesperrt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die das nicht so gerne mögen, sodass ich, glaube ich, lieber einen Minimuff hätte, der nicht ganz so aufwendig ist in der Haltung, den ich aber wie Ginny zum Beispiel so auf der Schulter mitnehmen könnte oder einfach überall mit hinnehmen könnte. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich glaube, der Markt, die Minimuffs mögen das lieber so bei Menschen zu sein. Und ich glaube, Niffler sind doch sehr eigenständige Tiere. Deshalb würde ich das keinem Niffler antun. Ja, vielen Dank, Jona. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Genau, vielen Dank. Ach, hier ist jetzt das aus Österreich. Jetzt hier steht auch Österreich drauf. Von Stefanie. Das ist auf jeden Fall auch was gemacht. Oh, und es sind Schokofrösche gemacht worden. Die sind so Origamifrösche. Süß. Einer in lila und einer in grün. In grün schicke ich Antonia. Und es ist auch ein Bild gemalt worden. Schokofrösche, Antonia und Amt. Da haben wir die Augen so verbunden. Ist das, weil ihr nicht wisst, wie wir aussehen? Oder ist das ein Spiel? Weil ich bin verwirrt. Aber es ist schon sehr nah an der Realität. Und es ist noch etwas geschrieben worden. Ich habe eine Merch-Idee. Oh, das sieht süß aus. Ist zwar nicht schön geworden. Ich finde schon. Aber soll die Karte des Rumtreibers sein? Ah, ja, okay. Ich dachte, das wären so Schokofrosch-Abdrücke. Aber es sind die Füße auf der Karte des Rumtreibers. Die Schokomap. Süß. Das ist tatsächlich ganz cool. Und unten läuft noch Leo rum. Weil der ist hier von unser Hogwarts-Legacy-Charakter. Unser stiefmütterlich behandelter Ehren-Leo. Der Arme. Der weint bestimmt jede Nacht. Ach, süß. Hi Amber, hi Antonia. Ich liebe euren Podcast und schreibe euch deswegen diesen Brief, weil ich auf Spotify nicht so viel schreiben kann. Vor ca. einem Jahr habe ich euch auf Spotify entdeckt und mal reingehört. Mir hat es direkt gefallen. Danach habe ich alle Folgen gehört und wurde ein richtiger Potterhead. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt Harry Potter noch gar nicht mochte. Yay! Dann konnten wir dir das nahe bringen. Das ist ja schön. Das finde ich super. Am Ende des Jahres 2023 war ich Top 3% der Fans auf Spotify. Das muss man erst mal shoppen. Vielen Dank für deine Zeit. Meine Lieblingsfolge ist die von Fred und George. Aber alle sind super toll und recherchiert, super toll, gut recherchiert und man merkt, dass ihr viel Arbeit in den Podcast steckt. Deswegen will ich Danke sagen. Vielen Dank. Es wäre voll cool, wenn ihr mir einen Froschenkencharakter zuordnen würdet. Ich bin ehrgeizig, lustig, tollpatschig, glaube nicht an Wahrsagen, gut in der Schule, sportlich, loyal, diskret, schnell beleidigt, relativ kreativ, blonde Haare, blaue Augen und ein Hufflepuff. Ich musste direkt an Ron denken. Irgendwie ein wenig lustig und glaubt nicht an Wahrsagen. Gut, in der Schule ist Ron jetzt nicht, aber er kann ja auch sportlich sein. Er ist loyal. Er ist auch schnell beleidigt. Und deshalb finde ich Ron gut. Und ich glaube, wir hatten in den Froschencharakteren auch noch gar keinen Ron. Kann das sein? Deshalb wäre das ja eigentlich gut. Hier noch eine Frage für die Eulenpost. Was sind eure Lieblings- und Hassmomente in Harry Potter? Also Lieblingsmomente, das ist immer relativ easy. Eigentlich mag ich alle, die so den Schulalltag so abbilden. Ich mag gar nicht so diese Kämpfe und so mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Ich mag so dieses, wenn du so voll in diese Harry Potter Welt abtauchen kannst. Also wenn du durch die Winkelgasse gehst oder auch bei der Quidditch-Werm, wenn dann die Kamera so durch das Zeltlager fährt oder so. Das ist ein sehr besonderer Moment. Oder wenn die einfach nur durch die Flure gehen und dann da ihre Sachen machen. Das finde ich einfach mega cool. Weil das so diese Wizarding World ist, die wir erkunden wollen. Muss man einfach so sagen. Und Hassmomente. Es gibt nichts, was ich so richtig hasse. Ich weiß, ein von Antonias Moment, den sie nicht so gerne mag, ist, wenn Harry herausfindet, dass Sirius der Pate von ihm ist. Und das ist im dritten Teil in dem Film. Und da sitzt Harry doch auf dem Tarnumhang, so auf so einem Stein. Und Hermine nimmt dann so den Tarnumhang ab. Und dann sagt Harry so, er war ihr Freund. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Antonia die Szene echt nicht sieht. Und sonst gibt es viele Lieblingsmomente und auch Hassmomente. Und die kann man jetzt gar nicht so rausfiltern. Liebe Grüße, eure Steffi. Du hattest ein Paket geschickt. Normalerweise kommen Pakete tatsächlich an. Die Pakete, die ihr uns zusendet, die kriege ich in einem anderen Fach, das größer ist für Pakete. Mein eigentliches Fach ist tatsächlich nur für Briefe. Aber normalerweise ist es so, dass sie dann die Pakete... Es tut mir sehr leid, dass das nicht angekommen ist. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Nächstes. Von... Aber hier steht auch aus Österreich. Mensch! Ihr Lieben! Auch hier wurde wieder eine Schokofrosch... Also ein Schokofrosch gezeichnet. Sehr hübsch. Und hier steht drauf von Fanny. Ich kann leider nicht so gut Frösche zeichnen. Aber dafür, dass du es nicht kannst, ist es schon sehr gut geworden, muss ich sagen. Für Antonias Geburtstagsgeschenk habe ich jetzt auch einen Frosch gemalt. Der ist ganz schlecht geworden. Also weiß nicht, was das sein sollte. Hier ist noch ein kleines Kärtchen. Da steht, das sind Fanny und ich als Schokofrosche. Fanny und Irina. Süß! Und hier ist noch ein Zettel, wo drauf steht eine Idee für eine Folge. Dann schauen wir doch mal. Folge, Teil einer Folge, Skript. Vorbereitung. In der Vorbereitung überlegt sich jeder einzeln fünf Charaktere, die ihr mögt. Anwendung. In der Folge beschreibt jeder dann seine fünf Charaktere und die andere muss sie erraten. Ja, das ist vielleicht was für Schokotratsch tatsächlich. Aber ich glaube, um das noch ein bisschen schwieriger zu machen, ist, dass man die Charaktere anhand von Situationen oder so beschreiben muss. Damit es auch ein bisschen spannend ist, weil wenn jeder nur so ein paar Sätze vorliest, keine Ahnung, Byron ist groß und rothaarig und ja. Aber das ist eine Idee. Ist was für Schokotratsch auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken, ob wir das zeitlich schaffen. Es sind hier zwei Briefe auf jeden Fall. Fanny schreibt, liebe Amber, liebe Antonia, herzlichen Glückwunsch, Amber. Ich bin Fanny an dem Tag 13 geworden, an dem die 19. Schokotratsch-Folge rausgekommen ist. Ich liebe diese Folge. Wir haben den anderen Brief schon vor Ewigkeiten geschrieben, sind aber nie dazu gekommen, ihn abzuschrecken. Ach, der andere Brief dabei liegt, okay. Falls ihr den vorigen Brief nicht lesen konntet, ist es nicht so schlimm. Ich, Irina, kann ihre Schrift jedenfalls nicht lesen. Auf jeden Fall kommen wir beide aus Österreich und würden uns sehr über zwei Autogramme und ein paar Sticker freuen. Außerdem haben wir beide Legasthenie, Lese-Rechtschreib-Schwäche, und es tut mir leid, wenn ich viele Fehler mache. Tatsächlich habe ich bis jetzt keinen gesehen. Außerdem wollen wir eine Sache auflösen, über die ihr schon länger diskutiert. Ob Haushelfen befreit werden, wenn sie Wäsche waschen. Na, da bin ich aber gespannt. Die Antwort lautet nein. Sie müssen Kleidung direkt von ihrem Meister bekommen. Zum Beispiel fängt Dobby ja auch die Socke von Harry auf, nachdem Lucius Malfoy sie geworfen hat. Dobby sagt dann, Meister hat die Socke geworfen und Dobby hat sie aufgefangen. Dobby ist frei. Aber das Buch widerspricht sich auch selbst, weil Hermine die Hauselfen mit den Wollhüten befreien will. Dabei ist sie gar nicht ihre Meisterin. Aber die Hauselfen haben selber keine Ahnung, weil sie den Gryffindor-Gemeinschaftsraum wegen der Hüte nicht putzen wollten. Stimmt, das ist wohl wahr. Sie putzen den nicht, weil sie Angst haben, wenn sie jetzt so einen Hut aufsammeln, dass sie befreit sind. Aber deiner Meinung nach können sie nur vom Meister befreit werden. Das wäre in dem Fall dann, ja, Dumbledore würde ich jetzt mal sagen als Schulleiter. Und der hat die Hüte ja nicht verteilt. Also könnten sie die Hüte einfach problemlos aufheben. Dobby ist also der Einzige, der die Hauselfengesetze checkt. Das könnte sein. Wir hoffen, das hat geholfen. Auf jeden Fall, liebe Fanny und liebe Irina. Dann kommen wir zur nächsten Fanpost. Die ist von Ava. Schauen wir doch mal. Ich habe schon was gesehen. Das ist ein Armband und noch ein Armband. Das muss ich Antonia wieder schicken. Eins mit Amber und eins mit Antonia. Antonia, es ist silbergrün natürlich und es steht ihr Name drauf. Und meins ist lilagold und da steht Amber. Das gefällt mir sehr gut. Das ziehe ich jetzt mal an. So, dann muss ich hier einen Haufen für Antonia machen. So, und Ava hat auch noch etwas gemalt. Ach, das sind wir. Das ist sehr cute. Ja, da bin ich wirklich ein Kopf größer als Antonia. Das ist tatsächlich auch wahr. Ah, sie hat Ginny gemalt. Sehr cute. Auch mit den Sommersprossen sehr passend. Und Ava schreibt, liebe Amber, liebe Antonia. Ich höre euch schon lange und möchte unbedingt eins loswerden. Vielen Dank für alles, was ihr mir an positiven Gefühlen gegeben habt und immer gebt. In den Zeiten, wo es mir sehr schlecht ging, habt ihr mich wieder aufgemuntert. Ich weiß, das kommt jetzt sehr random, aber könnte ich ein Autogramm und Sticker bekommen? Folgenidee. Wer würde eher? Ja, haben wir das nicht schon mal sogar gespielt? Wenn wir es noch nicht gespielt haben, dann steht es auf jeden Fall auf unserer Liste für Ideen für Schokotratsch. Froschiger Charakter, überdramatisch, klug, Dachschaden, hilfsbereit, tierlieb, kreativ. Das schreit nach Lavender Brown. Willkommen im Lavender Brown Club. Da bin ich ja auch. Das ist dramatisch, das Dachschaden ein bisschen. Ja, vielen Dank, liebe Ava und vielen Dank für deine lieben Worte. Wir freuen uns natürlich, dass wir dir auch in schlechten Zeiten irgendwie ein bisschen Trost spenden konnten mit unserem Podcast. Das ist für uns nicht selbstverständlich und irgendwie doch auch tatsächlich was Besonderes. Am Anfang, als wir angefangen haben, den Podcast zu starten, war uns nicht klar, dass wir so einen positiven Effekt haben könnten. Und das ist natürlich sehr besonders und sehr schön. Der nächste Brief ist von Elias und Elias hat auch etwas gemalt und zwar, ah, das Schachbrett, das große von McGonagall. Und Elias hat auch einen Brief geschrieben und zwar, liebe Schokofrische, ich liebe euren Podcast und freue mich jede Woche auf eine neue Folge. Am liebsten mag ich die Folgen Quizze mit Marius und Spion der Nächte. Ich spiele auch Hogwarts Legacy und habe gerade das Fliegen gelernt. Ja, da habe ich eine Frage. Ist das Fliegen für dich einfach? Weil für mich ist das immer schwierig gewesen. Also irgendwie habe ich es nicht richtig hingekriegt. Das, ja, wenn das ein Zeichen dafür ist, wie ich auch in echt fliegen würde in der Wizarding World, ja dann Holler der Waldfee. Eulenpost, wenn versteinerte Opfer in die Augen des Basilisken schauen, sollten sie dann nicht sterben? Ja, genau, das stimmt. Wenn du direkt in die Augen des Basilisken schaust, stirbst du. Du wirst aber versteinert, wenn du indirekt in die Augen des Basilisken schaust, wie zum Beispiel durch die Pfütze, durch einen Spiegel, durch den Geist hindurch, durch eine Kamera. Aber dann ist das ja nur indirekt in die Augen geschaut und du wirst versteinert. Über Sticker und Autogramm würde ich mich sehr freuen. Das kommt auch. Viele Grüße, Elias. Dann vielen Dank, lieber Elias. Und ich schicke dir deinen frankierten Brief zurück. Der nächste Brief ist von Clara. So, Clara hat auch gemalt. Oh, wow. Clara hat sehr viel gemalt. Liebe Amba, liebe Antonian, euer Podcast ist super. Sie hat da so einen süßen Niffler hingemalt, der so auf dem Rücken liegt. Ich höre ihn sehr gerne. Zu euren Pflanzen. Ich habe 13 in meinem Zimmer und momentan 4 auf dem Balkon. Plus Salate, Oregano und Petersilie. Das ist ziemlich crazy. Da kannst du dich mit Antonian zusammentun. Ich habe wirklich Mühe und Not, meine Pflanzen, die ich hier habe, am Leben zu halten. Frage, wart ihr schon einmal auf der Harry Potter Ausstellung Visions of Magic? Ich weiß nicht, Antonia hatte doch mal was geguckt. Die war doch mal auf so einer Ausstellung. Jetzt gibt es noch so eine Harry Potter Ausstellung. Ich weiß nicht, also ich war auf keiner Harry Potter Ausstellung und Antonia war auf einer. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für eine war. Wenn nicht, ich kann sie euch sehr empfehlen. Ja, das, wo Antonia war, da könnte sie mir auch sehr empfehlen. Da hatten wir, glaube ich, auch in der Folge darüber gesprochen. Ja, das steht schon länger tatsächlich auch auf unserer Liste. Wir haben nur noch nicht so richtig rausgefunden, wie wir das machen, dass es auch ein bisschen interessant ist und nicht so durcheinander. Und da überlegen wir uns aber noch etwas. Auch die Tierwesen sollen ja nicht zu kurz kommen. Der nächste Brief ist von Alma. Alma schreibt, gebastelt und zwar einmal ein Ravenclaw, sehr schön, und ein Slytherin-Wappen. Und jeweils ist da ein Frosch drauf und unsere Namen stehen da drunter. Sehr hübsch. Und auch eine schöne, so eine Schreibschrift, sehr schön. Ja, da muss ich wieder auf den Haufen von Antonia legen. Und ein Haufen für mich. Dann haben wir noch einmal Hedwig und einmal das Schild von Gleis 9 3 Viertel. Und wieder einen süden Niffler. Ja, die sind schon echt putzig. Und auch einen Brief. Und auch eine sehr schöne Schrift, auch so gleichmäßig. Wahnsinn. Liebe Amber, liebe Antonia. Zuerst einmal, ich liebe euren Podcast. Es macht immer Spaß, euch beim Philosophieren über das Harry Potter-Universum zuzuhören. Ich kenne euren Podcast zwar erst seit ein paar Monaten, aber ich habe schon fast alle Folgen durchgehört. Meine Lieblingsfolgen sind das Duell der Giganten und die Spion der Nächtefolgen. Dein siebter Band, Antonia, ist erste Klasse. Ich starte schon direkt mit euch in den Tag. Nochmal, euer Podcast ist wirklich super. Vielen Dank. Es wäre sehr lieb, wenn ihr mir einen froschigen Charakter geben könntet. Ich bin schlau, ein wenig strebehaft, eine Ravenclaw und ein bisschen eitel. Ich habe eine enge Freundesgruppe und kann gegenüber anderen Menschen manchmal etwas arrogant wirken. Ich habe dunkelblonde bis braune Haare und blaugrüne Augen. Manchmal habe ich eine kreative Phase. Dabei höre ich immer euren Podcast. Ich weiß gar nicht, ich finde es gerade ein bisschen schwierig. Moment. Ich bin schlau, ein wenig streberhaft, eine Ravenclaw und ein bisschen eitel. Ich habe irgendwie ein bisschen an Schuh gedacht, aber es ist auch nicht so optimal. Danach habe ich an vielleicht sowas wie Narzissa. Du könntest ja auch, weil die ist sicher schlau. Sie ist bestimmt auch ein bisschen streberhaft gewesen. Sie war zwar keine Ravenclaw, aber egal. Die ist hundertprozentig eitel und sie hat eine Freundesgruppe. Naja, die Leute, die sie hat, wird sie nicht wahllos austauschen, sondern die wird fest sein. Und die kommt sicherlich auch etwas arrogant rüber. Lass uns doch mal Narzissa nehmen. Manchmal habe ich eine kreative Phase. Was ist denn eine kreative Phase bei Anna Slytherin? Mutter. Ich habe noch eine Frage für die Ollenpost. Braucht man zum Apparieren, Disapparieren einen Zauberstab? Wenn ja, warum muss man dann keinen Zauberspruch sagen? Wäre lieb, wenn ihr das in einer Folge vorlesen könntet. Ich glaube, man braucht einen Zauberstab, weil dadurch ja Magie kanalisiert wird. Ich glaube, die wenigsten, wie wir wissen, können überhaupt ohne Zauberstab-Magie wirken. So wie zum Beispiel Dumbledore. Und ich glaube, man muss den dabei haben. Ich glaube aber, dass es auch gefährlich wäre, tatsächlich mit dem Zauberstab in der Hand zu disapparieren. Weil du ja nicht genau weißt, wo, wenn du zum Beispiel in einer stark belaufenden Straße auftauchen willst. Wenn du zum Beispiel von Hogsmeade nah in die Winkelgasse apparieren möchtest. Und mit dem Zauberstab so voran ein Zauberspruch erst wirken musst. Dann könnte es ja sein, dass du mit deinem Zauberstab, den du dann ja auch noch in der Hand hast, wenn du in der Winkelgasse ankommst, könntest du ja jemanden aufspießen oder jemanden ins Auge stechen. Das wäre ja nicht so gut. Deshalb macht es schon Sinn, ihn dabei zu haben. Und apparieren ist eben eine andere Art der Magie. Keine, die man eben so bündelt. Die nächste Eulenpost ist ein kleines Paketchen. Und das von Emi. Emi hat gebastelt. Sie hat eine Eule gebastelt. Eulenpost. Ah, da ist quasi eine Anleitung dabei. Man muss die kleine Eulenpost hier öffnen. Die hat nämlich Federn. Echte. Hallo ihr Lieben, ich bin Emi und liebe euren Podcast. Ich wollte euch immer schon sagen, dass sie es einfach super macht. Liebe Grüße, eure Emi. So, das ist wirklich süß. Und es sind auch zwei Bilder dabei. Einmal bin ich da drauf. Und einmal Antonia. Das ist sehr cute. Vielen Dank. Und auf dem T-Shirt steht, ich bin ein Schokofrisch. Sehr gut. Vielen Dank, liebe Emi. So. Dann das nächste ist von Hannah. Hannah schreibt. Ihr macht, hi ihr zwei, ihr macht einen sehr coolen Podcast. Ich bin jeden Mittwoch sehr gespannt. Täglich höre ich euren Podcast. Alte sowie neue folgen und bekomme jedes Mal ein Lachflash. Ich weiß, dass ihr die Rubrik nicht mehr macht, aber ich würde mich trotzdem freuen. Könnt ihr mir einen Spitznamen für die Namen Hannah und Nayeli geben? Hannah. Honey. Anna. Han. Han. Hannah. Popana. Hannah. Banana. Ich glaube, wir hatten auch schon mal fröschigeren Namen für Hannah. Und für Nayeli, den Namen habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Da würde ich Nana, Nay Nay, Eli, Elichen, Nähchen. Aber ich glaube, ich finde Nana am süßesten. Froschi Charakter. Ich bin frech, mutig, tapfer, stur, hilfsbereit, aber nur zu manchen Menschen. Eine Nachteule, energiegeladen. Außerdem bin ich sehr klein, trage immer meinen Style und nie Trendsachen und habe dunkelblonde Haare. Ich bin kein typisches Mädchen. Bis auf den letzten Satz habe ich so ein bisschen an Luna Lovegood gedacht, weil die ja auch so ihr eigenes Ding macht. Also würde ich sagen, Luna. Könnt ihr mir vielleicht einen Charakter oder ein Hogwarts-Aufhaus zuordnen? Naja, dann würde ich, wenn ich jetzt Luna sage, würde ich dann schon auch Ravenclaw sagen, würde ich sagen. Das passt wahrscheinlich auch da rein. Gerade wenn du sagst, dass du eher so deinen Style machst und nicht so auf andere Sachen hörst. Denn, wie wir wissen, sind die Ravenclaws da so ein bisschen, die machen auch schon mal ihr eigenes Ding. Dann hast du noch eine Frage. Wie schwer, beziehungsweise wie erschafft man einen Zauberspruch? Wie stellt ihr euch das vor? Ja, also ich denke, man muss erstmal eine Idee haben. Dann muss man mächtig sein. Und dann, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, durch Ausprobieren, durch Stimmlage, Zauberspruch, wie viel magisches Talent hat man und Bewegung des Zauberstabs, kommt man vielleicht dann irgendwann auf die Idee, wie funktioniert das. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen so, weil die müssen ja auch zum Beispiel Wingardium Leviosa lernen. Und das können die ja auch nicht auf einmal. Das heißt, wenn du einen neuen Zauberspruch etablieren willst, keine Ahnung, einer, der Vorhänge auf und zu macht zum Beispiel, dann würde ich sagen, wenn du stellst dich da vor mit deinem Zauberstab, stellst dir vor, was du machen möchtest, suchst dir einen Zauberspruch raus, der irgendwie passt und dann versuchst du mit deiner magischen Fähigkeit, die du hast, durch den Zauberstab die Vorhänge zu schließen. Und wenn das klappt, dann ist es ein etablierter Zauberspruch. Und allen anderen, denen du den zeigen willst, die müssen das ja auch erst üben. Also ich glaube, die wenigsten Zauberer lernen einen Zauberspruch. Wobei Harry konnte Sektum Sempra sofort. Und ja, wahrscheinlich hat es auch viel mit magischem Talent zu tun, tatsächlich. Aber ich glaube, das Erschaffen eines magischen Zauberspruchs mit, der auch funktioniert, ich glaube, das muss man können. Und da muss man allen anderen beibringen, wie das funktioniert. Danke und liebe Grüße, Hannah. Vielen Dank, Hannah. Jetzt habe ich noch eins. Und hier, da steht hinten drauf, an dem besten Podcast der Welt. Das ist so cute. So, Luisa hat geschrieben, hat auch erst mal Dobby gemalt, so wie ich das hier sehe. Ja, sehr cute, mit einer Socke in der Hand. Luisa schreibt, Liebe Amba, liebe Antonia, ich liebe euren Podcast und herzlichen Glückwunsch, Amba. Wahrscheinlich zur Baby, also vielen Dank. Ich höre gerade die Folge von Madame Hooch. Hier ein paar Fragen. Welcher ist euer Lieblings-Disney-Film? Bei Antonia weiß ich es gerade gar nicht so genau. Wir hatten tatsächlich letztens noch drüber gesprochen, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Ach, die Schöne und das Biest. Mein Lieblings-Disney-Film ist, ich glaube, ich mag Schneewittchen sehr gerne. Aber das Marvel-Universum gehört ja auch zu Disney, deshalb mag ich auch alles, fast alles, was mit Marvel zu tun hat. Wie lange kennt ihr euch schon? Ich würde sagen, seit der fünften Klasse, das war 2003. Also schon locker mal, fast 21 Jahre. Stimmt das? 21 Jahre? Nein. 2003. Doch. Antonia, wenn du das hier hörst. Wir sind alt. Ja, also gerne auch in unsere Q&A-Folgen reinhören. Da beschreiben wir das immer noch ein bisschen ausführlicher tatsächlich. Dann kommt noch eine Frage. Was waren eure Lieblingsfächer? Ja, auch das haben wir, glaube ich, in Q&As schon beantwortet. Also ich weiß nicht, so richtig Lieblingsfächer. Ich fand Sport meistens sehr gut und Kunst waren aber auch meistens die einzigen Fächer, in denen ich gut war. Könntet ihr mir vielleicht einen Spitznamen geben? Lulu werde ich schon genannt. Ja, das finde ich jetzt doof, weil ich finde, Lulu ist ein total süßer Spitzname. Ähm, Luisa, Liza, Luisa, 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 Popisa. Ah, das finde ich witzig. Isa. Luischen. Aber es tut mir leid. Also für mich sind die meisten Luises, Luisas, das sind für mich Lulus. Liebe Grüße, Luisa. Vielen Dank, liebe Luisa, für deinen Brief. Okay, und die nächste Fanpost ist von Paulina. Paulina ist ein großer Umschlag. Paulina hat auch Dobby gemalt, ich sehe es schon. Es ist immer so süß. Ich glaube, kein Charakter ist jemals so viel gemalt worden wie Dobby. Also wir haben Dobby mit Rons Pulli. Dann haben wir Ginny im Quidditch Outfit. Ja, sehe ich. Das kann ich erkennen. Und Tongs in Jung. Ja, das ist sehr hübsch mit den lila Haaren. Süß. Gut gemalt. Und dann ist hier ein pinker zweiter Brief drin. Und da hat die liebe Paulina geschrieben. Ah, und die Sophie hat mitgeschrieben. Okay. Das war also Teamwork. Also, liebe Schokofrasche, wir heißen Sophie und Paulina. Ich, Paulina, habe Sophie vor zwei Jahren überredet, Harry Potter zu lesen. Seitdem ist sie mehr Harry Potter Fan, als ich es bin. Das ist fast unmöglich. Ist ja so ein bisschen wie bei Antonia und mir. Antonia hat mich ja auch zu Harry Potter gebracht. Wir haben für uns euch ein Kiss Mary Kruzio überlegt. Ginny, Tongs, Hermine. Das ist gemein. Dann sage ich... Ach, das ist wirklich gemein. Dann sage ich... Mit Hermine knutsche ich rum. Ich werde Ginny heiraten und Tongs muss ich leider kruzieren. Aber ich mache es nicht gerne. Und ich stehe bestimmt unterm Imperio aus irgendeinem Grund. Hier sind noch Harry Potter Witze. Okay, let's go. Wir lachen uns schief. Habt ihr euch die selber ausgedacht oder habt ihr die irgendwo her? Also, schauen wir mal. Warum hat Voldy keine Nase mehr? Den habe ich schon mal gehört. Weil er in Kings Cross gegen die falsche Wand gelaufen ist. Ja, das erklärt so einiges. Welcher Mord ist der gefährlichste? Voldemort. Wer hat die besten Tricks? Bella Tricks. Das finde ich tatsächlich irgendwie witzig. Das ist mein Humor. Bist du ein Dementor? Nein, warum? Du hast mir den Atem geraubt. Okay, das könnte als Anmachspruch vielleicht durchgehen, so in der Bar. Ist aber auch ein bisschen cringe irgendwie. Naja, gut. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Nase. Voldemort, cool. Freier Eintritt. Voldemort wird aber auch ganz schön auf seine Nase reduziert, würde ich sagen. Weiß nicht, ob ihm das so gefällt. Im Hauptquartier des Kön- Ach, was ist das mit mir? Im Hauptquartier des Phönix-Ordens, Sirius, Voldemort sucht etwas, das er letztes Mal nicht hatte. Harry, eine Nase? Ach, der arme Voldi, der heult doch nachts in sein Kissen, wenn wir uns immer so über seine Nase, also nicht Nase, lustig machen. Jetzt kommt noch einer. Voldemort, jetzt habe ich aber die Nase voll davon, von diesem Harry Potter. Darauf ein Tod ist er. Wie soll das denn gehen? Ach so. Heulst du? Nein, Harry Potter steht hinter mir im Tarmungham und schneidet Zwiebeln. Und der letzte. Freund nimmt Stäbchen in die Hand. Weißdorn, 10 Zoll lang, Kern aus Drachenherzfaser. Liegt gut in der Hand. Das ist das letzte Mal, dass ich dir, das ist das letzte Mal, dass ich mit dir beim Chinesen essen gehe. Vielen Dank, ihr beiden, für diese lustigen Witze und die liebe Fanpost. Die nächste Fanpost ist von Philippi. Sehr schöner, bunter Umschlag. Und oh, darin ist ein Stein, auf dem steht, mit Glitzer Schokofrösche, Amber und Antonia. Vielen Dank, Philippi. Und so ein Lumenarmband, das heißen die, glaube ich, in lila, gelb, gold. Das ziehe ich auch direkt an. Bin ich einfach schick heute. Vielen Dank. Das mit dem Lumen habe ich tatsächlich nicht verstanden, wie das geht. Das ist irgendwie so ein bisschen nach, das ist ein bisschen nach meiner Zeit gewesen. Also, Philippi schreibt. Hallo Schokofrösche, ich höre einen Podcast super mega gerne. Jeden Mittwoch beeile ich mich immer, von der Schule nach Hause zu kommen und die neue Folge von euch schnell zu hören. Frage. Hört ihr selbst euren Podcast und wenn ja, was denkt ihr dann so über euch selbst? Ihr seid super, eure Philippi. Liebe Philippi, danke für deinen Brief. Also, Antonia hört uns ja wesentlich öfter, weil sie ja die Folgen schneidet und sie hört dann auch meistens nochmal drüber. Ich versuche immer drüber zu hören, sobald Antonia es schafft, die Folge zu schneiden, bevor die Folge rauskommt. Das heißt, wir hören uns schon relativ häufig. Ganz am Anfang war das noch sehr surreal für mich tatsächlich. Mittlerweile ist es aber irgendwie voll normal und manchmal, wenn ich lange Autofahrten habe, höre ich statt einem anderen Podcast tatsächlich unseren Podcast. Und eigentlich ist das ganz lustig, uns so zuzuhören. Also, ich finde, also am Anfang war es ein bisschen seltsam, aber mittlerweile, ich finde das nicht mehr seltsam. Und manchmal finde ich, wir haben einfach einen guten Punkt und manchmal finde ich uns auch ein bisschen witzig und manchmal denke ich mir so, was labere ich eigentlich für Scheiße? Aber ich glaube, das ist normal und ja, da wir das so gerne machen, stehen wir natürlich auch zu dem, was wir hier immer sagen. Und von daher finden wir das eigentlich immer ziemlich gut. So, das war es dann auch schon mit der Folge. Ich habe noch mehr Fanpost tatsächlich, aber ich dachte, es schreit ein bisschen nach dem zweiten Teil. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass nur ich hier gerade bin. Aber Antonia und ich, wie ihr wisst, leben ja nicht in derselben Stadt. Deshalb ist das ein bisschen kompliziert. Und ja, genau. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Wir hören uns bestimmt das nächste Mal tatsächlich in einer normalen Schokotratsch oder Schokokartenfolge. Und nur zwischendurch hören nur wir uns. Das ist sozusagen wie ein kleines Geheimnis zwischen uns. Nein, Antonia weiß natürlich davon. Ich, genau, werde jetzt mir einen Kaffee machen und mich in die Sonne setzen. Und wir hören uns. Tschüss. 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 Tschüss.